Im Blickpunkt haben wir heute folgende Themen für Sie. Sammlung 2000 alte Lampen werden versteigert. Geändertes Konzept, neuer Schwung fürs Railbike im Hohen Fenn und Handball Red Wolves verlieren gegen Vize-Weltmeister Norwegen. Sowie das Wichtigste aus dem Inland im BAF Fernsehen ab 17.45 Uhr mit stündlicher Wiederholung und jederzeit im Netz auf BAF.be.